wieder zurück bei crash ihr müsst erstmal hier in diese mission in senate peak für den roten edelstein ich zeige euch mal ganz kurz wo ihr hinlatschen müsst und nicht zu vergessen sobald ihr den roten stein habt müsst ihr auch das level beenden um die trophäe zu bekommen für den roten edelstein und wenn ihr alle vier edelsteine habt dann öffnet sich auch noch eine geile tür im letzten level des spiels oder vorletzten level besser gesagt jedenfalls los hier durch so etwas mache ich nicht okay so zack 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 ist hier einfach nur ein bisschen weiter gleich kommt die stelle und hier müsst ihr in einer bestimmten reihenfolge auf die steine drauf springen und zwar ich fange hier ganz links an spring da drauf dann hier auf den auf den da machte ich hier einmal so eine runde hört ihr mal diesen sound wenn ihr einmal drauf kommt dann hier den in der mitte und sobald ihr auf den mitte drauf gesprungen seid kommt der stein ihr müsst hier den aufsammeln und dann das level beenden und dann kriegt ihr auch schon die trophy ihr müsst das level beenden wichtig und dann das level beenden und dann das level beenden und dann die